heute mal ein kleiner Cut hier ich hoffe das stört euch nicht all zu sehr bis zum Abend hier bei uns wird das Familienessen doch immer noch groß geschrieben bei dir sind ich hoffe die mich jetzt getroffen haben das ist echt deutlich also es wird uns auch noch groß geschrieben das ganze mal kurz weg gewesen das ganze unterbrochen ich finde ich da noch was so sind das Tour of Clubs dann haben wir den der Hero Fund den Joker mh mh habe ich hier das Kiste zu machen ich will zwar machen den Joker zu gebrauchen in das Böhmchen ah really ja ok aber wir sind eh genug stark zum den Boss schnell zu machen quasi der ziemlich auf den Säcke geht wow schade das war nicht gut gelöst von mir und das ist schon wir haben was freigeschaltet und gehen ein weiteres Mal in die Kiste der Demon Tail has appeared in den Basement ihr entlockt Judas nice mal wirklich ein schön erfolgreicher Run wieder mal ähm und dann würde ich mal sagen sehen wir uns das nächste Mal wieder bei einem anderen Runde Isaac und das Mal wahrscheinlich mit Judas macht's gut bye bye an 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 auch das casi